Der DAX kommt runter und das zu einer Zeit, wo ich das Video zum DAX bei 8000 gemacht habe. Das war ein Video am Wochenende. Vielleicht habt ihr es gesehen hier auf Finanzmarktwelt.de oder bei mir im YouTube-Kanal. Wenn nicht, schaut es euch super gerne nochmal an. Dort erzähle ich was und warum und unter welchen Bedingungen, wie sinnvoll passieren kann und wie man damit umgehen kann. Ich sage es mal bewusst so. Einige haben gefragt, muss ich denn unbedingt mich absichern? Ich würde doch gerne das einfach überstehen und sowas. Natürlich, ihr könnt natürlich auch das abwarten. Das ist gar kein Thema. Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden, ob man sagt, naja, dass das runter geht, geht auch wieder rauf. Eigentlich geht das umgekehrt. Zumindest mal in der Fliegerei sagt man das so. Aber trotz alledem, es ist natürlich zu erwarten, dass die Kurse früher oder später wieder hochgehen. Aber wenn es einen längeren, einen deutlicheren Rückschritt gibt, dann kann das durchaus auch mal länger dauern. Ich weiß nicht, ob man das jetzt vergleichen sollte, aber nur als Beispiel, wenn man in 1929 investiert war, hat es dann doch noch ungefähr 30 Jahre gedauert, bis man wieder auf dem Niveau angekommen ist. Aber das soll kein Vergleich sein. Ich kann überhaupt nicht sagen, ob das vergleichenswert jetzt ist. Man muss dann halt ein bisschen Zeit mitbringen und notfalls Marge, je nachdem, wie man da aufgestellt ist. Das muss dann jeder selber wissen. Trotz alledem, wir sind ja hier im Index-Update am Nachmittag ein bisschen kürzer aufgestellt. Deshalb der Fokus auf den kürzerfristigen Chart, 4-Stunden-Chart, 1-Stunden-Chart beispielsweise. Und ihr seht, es geht runter. Aber seid euch sicher, das, was wir hier aktuell sehen, hat nicht notwendigerweise auch nur ansatzweise was damit zu tun, was ich in dem Video gemacht habe. Denn das ist auf einer viel größeren Ebene. Und alles, was wir jetzt hier beim DAX im Moment in der Abwärtsbewegung sehen, ist noch nicht notwendigerweise kritisch. Kann es aber noch werden. Gehen wir mal ganz kurz auf den positiven Aspekt ein. Wir hatten hier ja bisher einen relativ Anstieg. Hier hatten wir eine Pause, Anstieg. Hier war eine Pause. Und jetzt sind wir so vielleicht im letzten Move. Anstieg, Pause, Anstieg, Pause, nochmal Anstieg. Halte ich nicht für abwegig. Also für nochmal ein bisschen weiter nach oben. Was auch immer ein bisschen bedeutet. Es gibt zwar Extended Fifth Wellen. Das ist nicht selten. Aber verlassen würde ich mich darauf nicht. Trotz alledem, die Chance, dass wir dieses Hoch hier nochmal übersteigen, halte ich gar nicht für so abwegig. Problem allerdings, dann müsste diese Korrektur zu Ende sein. Wann kriegen wir das mit? Entweder jemand von der Börse ruft uns an und sagt, wir drehen wieder. Das wird ziemlich sicher nicht passieren. Oder ihr braucht irgendeinen Hinweisgeber. Für mich sind das häufig diese Zwischenhochs. Letztetief, Vorletztetief, das Hoch dazwischen. Das wäre jetzt diese Marke. Ungefähr beim Index bei 15.480. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, das lohnt natürlich nicht so wirklich, wenn ich sage, da drüber geht er nochmal, hier erst einzusteigen. Weshalb ich vermute, naja, ziemlich sicher bin, dass ich diese Long-Idee für uns zumindest mal nicht umsetze, weil der Einstieg hier logisch super ist, mit Zielerwartung irgendwo höher. Kann ja noch viel höher sein, aber wir wissen es nicht, weil wir Pech haben eben nur ein bisschen höher. Aber das CRV reizt mich nicht so sehr, zumal meine Stop-Varianten dann ja irgendwo hier unten liegen müssten. Also nicht so der Burner. Aber trotz alledem, die Aufwärtsrichtung, ich halte sie noch nicht für gänzlich abgeschlossen. Also die Chancen dafür. Trotz alledem, im Moment haben wir eine Bewegung, die stark runter ist. Dann haben wir hier so eine ABC, auch wenn das für viele dieses unverständliche Flat-Muster ist. Auch vielleicht aus diesem Grunde mein Video vom Wochenende mal anschauen zum DAX 8000. Denn da wird dieses Verhaltensmuster nochmal gezeigt und die Relevanz dieses Verhaltensmusters. Aber wir nehmen das jetzt mal so hin, anschließend wieder Abwärtsbewegung, hier wieder ABC. Und man ist eigentlich versucht, an der Stelle abermals die Short-Seite mitzunehmen. Und dann wird es dann irgendwann schon interessant, auch für die bärische Seite. Denn je länger sich diese Richtung dann irgendwann fortsetzt, desto weniger passt das zu irgendwelchen Schwingern hier auf der Oberseite. Dann ist man nämlich ruckzuck in irgendeiner Geschichte irgendwie so, dann mal eine längerfristige irgendwie runter. Irgendwie sowas in der Art. Ich mache das mal für die Profis unter euch. Eins, zwei, hier eine kleine Eins. Also, naja, mit Maus kann man immer schlecht zeichnen. Aber ihr seht ungefähr, was ich meine. Das halte ich nicht für abwegig. Aber je länger diese Bewegung dann ist, das ist per se ja noch nicht schlimm. Aber machen wir das nochmal hier rein. Je länger diese Bewegung dann hier irgendwann mal wird, wenn dann eine Pause kommt, wird ja auch die im Nachgang nochmal länger. Das heißt, dann kommen wir wirklich irgendwann in Bereiche, wo es dann wirklich darum geht, dass wir diese Zone hier nochmal sehen. Und das, glaube ich, halte ich für sehr realistisch. Einige haben schon mal gesagt, nee, das war nicht die, die ich meinte. Sorry, diese meinte ich hier natürlich. Wer aufgepasst hat, weiß es. Ich hatte ja schon mal angedeutet, so um die 13.800, ich wollte gerade sagen, die Werte passen doch hier gar nicht. Das war ja das Tief im September. Oh je, oh je. So tief muss es jetzt erstmal nicht sein. Erstmal der nächste Schritt wäre aus meiner Sicht ein sehr schöner, wenn der Kurs hier runter käme. Und das meine ich nicht aus Böswilligkeit dem Bullen gegenüber. Nein, denn wenn das auf einer dreiwelligen Art oder noch besser sehr wackeligen Art und Weise passiert, also so, dass wir ziemlich sicher sagen können, dass das korrektiv ist, dann wären das perfekte Möglichkeiten, nochmal einzusteigen. Also idealerweise irgendwo Gewinne mitnehmen, günstiger einsteigen, da hat man den Gewinn doppelt gemacht. Oder aber vielleicht sogar, wenn es hier einen Trigger gibt, die Short-Seite nochmal mitnehmen. Das wäre ebenfalls eine Möglichkeit. Das fände ich nicht so schlecht. Ob es hier korrektiv wird oder nicht, das wissen wir natürlich nicht. Aber das ist uns, wenn wir hier oben rausgehen sollten oder hier sogar aktiv die Short-Seite spielen möchte, dann ja auch mehr oder weniger egal. Hauptsache es geht dann erstmal ein gutes Stück weiter. Also wie macht man sowas unter Umständen? Gehen wir nochmal hier auf das Bild beim DAX oder gehen wir mal sogar auf den F-DAX. Dann seht ihr, wenn wir wackelige Aufwärtsbewegungen haben, wackelig ist gerne, dreiwellig, dann wären das mögliche Trigger für die Short-Seite. Also wenn ihr diese Zwischentiefs, heute hatten wir eins oben, kurz vor drei, beispielsweise, wenn ihr das nochmal durchstößt, ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, die Fortsetzung nochmal zu traden. Auch wenn ich lieber nicht nur eine reine Fortsetzung habe, sondern eine erste Welle, das haben wir jetzt hier vielleicht nicht zwingend. Wenn ihr jetzt sagt, das ist aber unkonkret, kannst du das nochmal genauer sagen. Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Sicher bin ich mir immer, wenn der Kurs hochkommt, dann das macht und danach so runterkommt, dann weiß ich, das ist ganz sicher eine erste Bewegung. Aber hier müsste man schon gucken, wie man das intern aufteilt, von wegen 1, 2, 3, 4, 5. Dann hier wackelig hoch, sieht man hier so ein bisschen aufgelöst, A, B, C hier hoch. Jetzt hier wieder irgendwie relativ scharf nach unten, wieder wackelig hoch. Also ganz perfekt ist es nicht, aber mir deucht, dass die Abwärtsseite die bessere ist, insbesondere wenn wir das Tief von heute 15 Uhr nochmal durchstoßen. Glaube ich, gefällt mir die Abwärtsseite deutlich besser und Potenzial, haben wir jetzt mehrfach angedeutet, haben wir auch schon. Ich hatte dazu vorhin einen Trade vorgestellt, sozusagen als Idee, nicht unbedingt jetzt hier auf der Elliott-Wellenbasis, sondern eigentlich eher auf diesen Ausbruch. So, ihr habt es selber vielleicht gesehen, ich habe vorhin das Bild geschickt oder im Trade des Tages seht ihr es natürlich dann als ein Short- oder Long-Trade, je nachdem, welche Seite er zuerst triggert, schaut euch das an. Wenn ihr an unseren exakten Ein- und Ausstiegsdaten interessiert seid, die lese ich euch jetzt nicht vor, die könnt ihr ja selber ablesen. Ich habe es euch ja vorbereitet. So, in dem Sinne gucken wir uns mal die Amerikaner an. Wie sieht es denn hier aus, der Dow Jones? Wenn ich mir hier die Abwärtsseite angucke, Na, ist das was Schönes, Dynamisches? Nicht so wirklich, oder? Jetzt muss man dazu sagen, die Aufwärtsseite auch nicht so richtig. Das ist so das Teil, wo ich sage, ich lehne mich mal zurück oder Gang zum Kühlschrank, was Leckeres raussuchen oder noch einen Kaffee holen, was auch immer. Aber auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen Zurückhaltung wahren, denn die Aufwärtsbewegung ist nach wie vor maximal korrektiv. Das ist hier vom 20. Januar an die Aufwärtsbewegung. Und wenn ihr, ich mache es nochmal groß, diese Abwärtsseite, der höchste Punkt hier, das war am 1. Februar abends, das war der Ausgangspunkt. Und wenn ich mir diese Abwärtsbewegung im Zweifelsfall, bin ich mir da nicht so sicher, malst nochmal mit dem Finger nach, dann seht ihr nochmal ungefähr so die wesentlichen Punkte, irgendwie sowas. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das sehe, das hat doch nichts von Impulsbewegung, oder? Ist das eine Impulsbewegung? Also da tue ich mich extrem schwer, das wirklich als eine Impulsbewegung aufzufassen. Das heißt, jetzt hier im Kleinen würde ich zwar auch die Abwärtsseite eher nochmal bevorzugen, denn das ist ganz klar dreiwellig und die haben wir jetzt inzwischen gerade eben hier getriggert. Also ich sage mal so, noch ein bisschen abwärts fände ich alles andere als abwegig, denn diese Triggermarken sind dafür eigentlich besonders sinnvoll. Also dreiwellig ist falsche Richtung, Trigger des Zwischentiefs mit Erwartungshaltung, dass wir das nochmal unterschreiten. Das war das Zwischentief nochmal zur Orientierung 14.30. Das Tief hier ist um 11.45 Uhr gewesen. Also ihr seht, ein bisschen Potenzial nach unten haben wir noch. Wenn ihr die exakten Werte ablest, denkt da dran, das ist YM der Future-Kurs. Falls ihr mit abweichenden Kursen arbeitet, manche CFD-Broker weichen da ein bisschen ab, dann solltet ihr das ein bisschen auf die Zeiten adaptieren. Dann seht ihr die entsprechenden Werte auch. Andere Broker, XDB, da haben wir häufiger schon mal gesprochen, die haben die gleichen wie die Future-Werte. Da müsst ihr es dann nicht übertragen. Na gut, also wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Vorläufig würde ich die Abwärtsseite bevorzugen, aber mit angezogener Handbremse, denn insgesamt gefällt mir diese Abwärtsbewegung noch nicht so richtig gut, was die Dynamik angeht. Und auch beim S&P bin ich da so richtig, was meinten ihr dazu? Jetzt gucken wir uns noch mal an die Abwärtsbewegung, die wir hier haben. Also hier hinten müssen wir nicht noch mal drüber reden. Das ist ein ganz klares Short-Signal. Wir sind dreiwellig hoch, triggern hier Erwartungshaltung, dass wir da noch mal tiefer gehen. Wer jetzt sagt, sagst du nicht immer, dass es eine 1 zu 1 Projektion sein muss? Ja, aber dann muss die vorherige vor dieser Geschichte eine erste Welle sein. Und das ist wahrscheinlich keine erste Welle, wenn der Kurs ja schon von oben kam. Das heißt, es kann zwar lang gehen, wissen wir aber nicht, weil es eben nicht die erste ist, kann es auch sein, dass es verhältnismäßig kurz ist. Also das müsst ihr immer mit berücksichtigen. Theoretisch wäre sogar denkbar, hier ist Pause, das und hier ist Pause, irgendwie sowas. Also tiefer würde ich auf jeden Fall davon ausgehen, aufgrund dieses Verlaufsmusters, aber eben die Tiefe oder die Höhe würde man sagen, aber in dem Fall nach unten gerichtet, die Tiefe ist eben nicht ganz klar. Und deshalb bin ich da mit einer konkreten Aussage, wo genau landet der, sehr zurückhaltend, denn man kann das einfach nicht sinnvoll hier voraussehen. Diese 1 zu 1 Projektion ist halt statistisch sehr typisch und deshalb etwas, worauf man sich beziehen kann. Aber wie gesagt, nur wenn das die erste Welle ist und das haben wir hier halt nicht. Wenn ich das ja weiß, ist gut, weil dann weiß ich, ich darf jetzt nicht automatisch davon ausgehen, dass wir hier hingehen, sondern ich muss davon ausgehen, irgendwo unterhalb, vielleicht läuft es ja weit, sprich, ich muss mir dann gegebenenfalls auch irgendeinen Nachziehmechanismus einfallen lassen. Das kann beispielsweise irgendwie so ein Supertrend, Parabolik, irgendwie sowas in der Richtung sein und sagt, solange es fällt, ist gut. Und wenn er dann dreht, holt er mich dann entsprechend raus. Also auf welcher Zeitebene auch immer ihr das Bild seht, ihr seht, das ist ja sowieso immer das Gleiche. Ihr seht, Schub runter, ganz klar wackelig nach oben, also das spielt gar keine Rolle. Hier habt ihr Schub hoch, dreiwellig runter und die Fortsetzung. Hier habt ihr auch wieder dreiwellig runter und die Fortsetzung. Ihr seht es umgekehrt stark runter. Na ja, da ist es vielleicht ein bisschen schwierig zu sehen, weil er auch sehr hoch wieder gelaufen ist. Aber ich glaube, ihr habt den Tenor des Gedankens verstanden, wie wir hier unsere Richtungsentscheidung fällen und damit zumindest mal typischerweise nicht ganz häufig, ganz blöd dastehen. Leider kann man es nicht immer ausschließen, aber in der Regel liegt man dann eher auf der besseren Seite, wenn man sich an diesen Verlaufsmustern orientiert. Gehen wir hier auch auf den 5-Minuten-Chart beim Nasdaq noch zum Abschluss. Naja, das muss ich euch, glaube ich, nicht großartig erklären. Eine Chance, die ich sehe, das hier ist ja wieder eine schöne, starke Bewegung. Und wenn der Kurs jetzt irgendwann hier eine Korrektur macht, kann auch dreiwellig sein, dann wäre das, solange dieser Punkt noch oberhalb ist, das wäre mir immer am liebsten, wenn der jetzt da durchfällt, dann ist es leider wieder ein Fortsetzungstraining. Wie blöd ist das denn? Aber solange der oberhalb ist, ist der Kurs von unten gekommen, wäre das die erste Welle, wäre hier eine Korrektur und das, was wir vorne haben, nach unten nochmal verlängerbar. Geht der jetzt hier ein bisschen, das ist nochmal groß hier, geht der jetzt hier ein bisschen tiefer, was er jetzt in den nächsten Sekunden wahrscheinlich macht, dann ist natürlich das nicht mehr die erste Welle, weil der Kurs kam schon oben und wenn da eine Korrektur ist, gerne weiterhin abwärts, aber eben nicht zwingend mit einer 1-zu-1-Projektion. Das klingt ziemlich kleinkariert, aber ist eine relativ gute und einfache Orientierung, damit man ungefähr weiß, womit man es zu tun hat. Viele wünschen sich ja immer, nee, nee, ungefähr reicht mir nicht, ich will es jetzt ganz genau wissen, sag mir genau, um wie viel Uhr er genau wo steht. Ja, das soll ich dazu sagen, das weiß ich natürlich auch nicht, aber mit diesen Mechanismen, wenn ihr seht, dass das hier dreiwellig, so sieht es zumindest mal aus oder irgendwie überlappend, wer jetzt sagt, aber Rüdiger, das ist doch nicht dreiwellig, ich hätte das jetzt ganz anders, ich hätte jetzt 1, 2, 3, 4, 5 gemacht, auch gut, aber es ist dann eben überschneidend. Ja, diese beiden Rücksetzer hier in der Aufwärtsbewegung sind überschneidend, ist immer noch korrektiv. Na, das würde dann für den etwas offensiveren diesen als Short-Einstieg schon gegeben haben, statt dieser Marke. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist wieder super, da erzählt uns wieder einer, wie es in der Vergangenheit war. Nee, ich erzähle euch jetzt, wie es in der Zukunft sein wird. Früher oder später wird sowas hier wieder passieren. Quasi das, was ihr hier habt, wird es in einer anderen Größe wiedergeben und dann habt ihr exakt das Gleiche nochmal. So schwer ist es nicht. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, bei mir sieht das dann so aus, dann braucht ihr ja nur noch auf diese Seite zu warten, um erste Welle, weil der Kurs kam von oben, das in diese Richtung zu machen. Ihr seht schon, manchmal kann man das nicht konkret. In den letzten Tagen habe ich euch häufiger mal konkret irgendwie was genannt, weil es zum Zeitpunkt des Videos einen echten schönen Einstieg gab. Hier jetzt, während ich das Video mache, hat er sich das selber schon geholt. Es gab auch wenig Chancen, dass ihr das noch rechtzeitig umsetzt. Abgesehen davon, den Entry hier mit Erwartungshaltung, dass wir hier runtergehen. Yep, aber kein gutes Chance. Risikoverhältnis. Also damit muss man hier nichts holen. Aus meiner Sicht, deshalb bin ich da jetzt sehr zurückhaltend gewesen. Aber damit habt ihr das Verständnis, wenn ihr also überlegt, in welche Richtung soll ich denn vorzugsweise handeln, könnt ihr das damit ein klein bisschen eingrenzen und seid dann voraussichtlich eher auf der besseren Seite unterwegs. So zumindest mein Wunsch und meine Hoffnung. Und wenn ihr die nächste Korrektur nach oben seht, könnt ihr das gleiche Spiel nochmal ausprobieren. So in diesem Sinne, euch an dieser Stelle jetzt erstmal alles Gute. Liebe Grüße, denkt dran, guckt euch nochmal mein DAX Trade an, falls ihr das denn mögt. Und schaut euch natürlich gerne mein DAX Video an fürs übergeordnete Bild mit den realistischen Möglichkeiten, nicht um euch Angst zu machen, um Himmels Willen, das ist überhaupt gar nicht mein Begehr oder um irgendwie hier Panik zu verbreiten oder sonst irgendwas. Man sollte beim Handeln und auch beim Betrachten der Märkte eigentlich recht tiefenentspannt unterwegs sein, aber mit den Gedanken oder Hinweis, das und das kann passieren, sodass ihr euch überlegen könnt, will ich da was für oder gegen tun oder sage ich, nee, nee, damit kann ich locker leben. Ich bin auch nicht überrascht, wenn das macht, ist auch okay, damit bin ich d'accord. So in diesem Sinne, euch alles Gute und liebe Grüße. dass ich da was für Öffentliche, das dann, das dann mit dem, oder was für